Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Fällt die mir einfach knallert ins Wort. Ja, ähm. Freut sich man nie. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Wasser. Uns steht das Wasser bis zum Hals, würde ich sagen, Celine. Ja. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal ganz geschwind weiter, denn wir wollen ja eigentlich mal ein paar Sachen finden und sammeln und cool sein. Ja, wir wollen cool sein. Cool sein wollen wir vor allem, aber das funktioniert irgendwie nicht so ganz bei uns. Nee, vor allem bin ich da. Yay! Will da rein. Will da rein. Dann sind hier aber auch irgendwo Lurche. Ich brauch Lurche, ich brauch alles. Ich will alles. Ich will da einfach rein, verdammt. Ja, das ist ja nicht so leicht. Egal. Dann müssen wir hier eine der Höhlen finden, die ja direkt da so neben sind. Ich möchte in das Loch. Weil das Loch ist toll. Verdammt. Ich will wissen, was da drin ist. Ich will den Eingang finden. Ich will dich schon wieder finden. Oh nein, du bist schon wieder in die andere Richtung gelaufen. Da hinten, ich sehe dich. Lass uns doch mal bitte zusammenbleiben. Ja, das ist immer so ein Problem bei mir. Ja, ich laufe jetzt mal diesen Weg hier auch entlang. Guck mal, hier kommt man ziemlich tief ran. Ja, aber ich glaube, es gibt keinen Weg direkt runter so. Nee, glaube ich auch. Aber guck mal, da hinten. Ja. Hätte ich ein Fernglas, könnte ich es besser sehen. Da hinten sieht es so aus, als ob da irgendwie so ein Ausgang ist oder sowas. Oder ein Eingang. Ja, eher ein Ausgang. Bei diesem Plateau, meinst du das? Ja, nee. Komm mal hier zu mir und dann kannst du das besser sehen, wenn du dann geradeaus guckst. Ich muss so gerade mein vorletztes Getränk trinken, weil ich einfach low bin. Jetzt fängt es aber an zu schütteln hier, hör mal. Echt? Bei mir nicht so. Das war alles nass. Ja, aber mir ist auch noch mal so ein Windböe. Ah, hi. Ja, und hier kann man da nicht drauf? Nee, aber guck mal, wenn du da geradeaus guckst an der hinteren Wand, siehst du das? Stimmt. Wie so ein Stollen im Bergbau. Ja, genau. Oh, hi. Ich hab mal wieder ein Bild von dir gemacht. Von mir, ja. Bin ich auch ein Mexikaner eigentlich? Ja, ich auch. Ja. Ja, ich auch. Gut. Ich bin gerne der Mexikaner. Arriba! Vamos! Vamos a la playa. Fällt mir so spontan an. Echt mit so einem Strand, nee, ne? Hä? Einen Strand wollten wir doch jetzt nicht. Nee, ich laufe hier gerade mal so ein bisschen entlang, weil ich hier irgendwie mal gucken will, ob ich hier irgendwie... Ach, guck mal da. Was denn? Was denn? Da war aber, glaub ich, schon mal. Oh, können wir da nicht mal hin? Vielleicht krieg ich doch Zeug. Ja, können wir mal hin, aber... Ich würde gerne mit dir da zusammen hingehen. Ich bin da. Na, und jetzt frage ich dann wieder, gibt's hier Sachen und du sagst wieder nein? Hier gibt's gar nichts. Ich hab ja überhaupt nichts gefunden. Nix cooles. Stimmt, dieses Haus ist leer. Diesmal hab ich auch nicht gelogen. Nee. Einzige, was ich gefunden hab, war, äh... Ach, Mist? Ich brauch doch Zeug. Aber hier liegt ein Geldschein. Den braucht man immer dringend, weil Geld, ne? Ja, Geld hier im Wald, ne? Vielleicht bei den Zelten, Hasi. Diese kleinen Steine. Man sieht mal... Ja, aber das ist auch nicht schlecht. Hier ist der Strand. Vielleicht hier mal gucken. Ähm... Gerne. Da liegen ja manchmal Kisten auf dem Koffer. Ah, hier sind noch mehr Zelte. Ich glaub, hier war ich schon mal. Ist auch nix. Oh nein, sagst nicht. Achso, ist es besser, in die andere Richtung zu gehen? Ja. Da hinten war es nicht so schön. Nee? Nee, nee. Ich möchte lieber einsamer sein. Guck mal, ich hab ne Tassenlampe. Weißt du das da am Strand? Ich bin hier. Sag doch nicht, ach da. Oh, dann war da noch ein Typ mit Taschenlampe am Strand. Tatsächlich da hinten läuft er. Das ist voll unfair, dass die so eine Kopfgrubenlichtlampe haben und wir nicht. Ja, eigentlich nicht, ne? Auch wenn du die Taschenlampe hast, ja, ist echt. Weil mein Feuerzeug ist nicht so ergiebig. Ich hab ne coole Taschenlampe. Die hab ich ganz alleine gefunden. Ich hab ein Feuer. Feuer hab ich tatsächlich auch. Da hinten laufen sie auch. Stimmt. Die gehen mir also wirklich, ne? Also... Mir auch, auf den Sack. Ja. Wollte es nicht so sagen, aber... Mir ist kalt. Oh, was schade ist. Zombie hätte ich gerne angezogen. Oh nein! Ich werd schon wieder angegritt. Ich auch. Oh, das ist ja schön. Was nicht wahr, ne? Jetzt hab ich nicht gesehen, dass ich in den Wasser gehe und hatte gerade meine Axt angezündet. Und ich hab ja nur noch zwei Clothes. Jetzt hab ich nur noch eins, wenn ich das anzünde. Da hinten rennt er. Scheiße, ich hab's zuerst an mir vorbeigelaufen. Hier ist voll schön. So, die alte ist down. Da hinten sind Enten. Ich will Enten. Sie lässt mich schon wieder allein. Alter, wie die gerade geschrien haben. Boah, hier sind Enten. Enten, ey. Es ist so dunkel. Uff. Es ist tatsächlich dunkel, ja. Ist mir auch aufgefallen. Ich schwimme wieder durch ein schwarzes Nichts. Das sieht so cool hier aus. Was ist das denn? Ein Boot. Ey, hier ist ein Boot. Hm, weiß ich. Da war ich gerade dran. Hast du Dynamit auch genommen oder was das ist? Ich hab alles genau, was da drauf lag. Ich hab nur zwei Sachen da gesehen. Mehr waren's bei mir, glaub ich, auch nicht. Arschbombe! Echt? Geht doch gar nicht. Was? Oh, da war das Wasser nicht tief genug. Warum bist du da? Ich bin hier runtergesprungen. Okay. Aber da ist gar kein Wasser, es war nur so nass aus vom Regen, toll. Aha. Und ich springe da runter, ey. Wie so ein Krieger. Ich will mich nicht verletzen. Ich hab jetzt auch langsam wieder Hunger. Das ist so scheiße. Ich will jetzt hier unbedingt mal irgendwie irgendwas cooles finden. Ich will vor allen Dingen Licht. Licht und dann Koffer. Du solltest dir unbedingt so einen Beeren-Sack bauen, dann hast du immer Beeren dabei. Ja, das wär gut. Eat? Ach nee, das ist Trinken, glaub ich. Ja, nee, das mach ich mal, glaub ich nicht. Warum kann ich die jetzt nicht einpacken? Ich seh die schon wieder nicht. Ähm, ja, ich hab Hunger. Ja, und ich verschreie. Oh. Hast du mich doppelt? Ja. Ich habe es schon ausgemacht. Es ist jetzt auch sehr ungünstig, weil ich irgendwie nicht in deiner Nähe bin. Da, wenn's wieder. Weil sie schreien. Ich laufe jetzt einfach ganz tapfer durch den Wald. Ich da folge dir. Und man, das ist ja echt übel. Da sind sie, oder? Mhm, bei uns. Ich habe Angst. Ich habe Angst zu sterben. Nein. Ich will nicht. Bei mir ist es doch viel größer. Das Problem, ich hab keine Mediab und keine Futter rein mehr. Nix. Das hab ich dir schon wieder aus den Augen verloren. Da, wo willst du, kommst du hier runter, oder wo willst du hin? Äh, wo willst du hin? Da, ja, komm. Ich brauch was zu essen. Dann essen wir einen Snack. Ich hab keinen Snack. Dann ess keinen Snack. Ich hab hier nur in echt einen, aber nicht in meinem Inventar. Hm. Das ist natürlich so ein Problem, ne? Was zum Teufel war das? Ich hab gesäuft. Nee, ich hab irgendwas eingepackt. Steinchen finde ich hier nur. Ich find hier auch keine blauen Bären. Nix. Wo sind sie? Hinter dir, hinter dir! Vor mir, vor mir. Alter! Ey, da kann ich aber auch nicht wegspringen. Der ist down. Böden verdammt. Das ist das Bein. Toll, ich hab keine Close mehr, keine Feuerhaxt, Jasmin. Wir müssen dringend was finden. Ja, wir laufen irgendwie im Kreis, hab ich das Gefühl, manchmal. Kann sein. Boah, da sind sie schon wieder, ey. Ich muss mal unbedingt meine Feuerhafte ausrüsten. Und ich hab Hunger. Und ich hab keine Close. Du hast aber auch... Oh, 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 oh! Steht direkt vor mir. Ich bin ins Wasser gesprungen. Ja, ich hab's auch ohne Feuer hinbekommen. Oh, Bambi, komm, Bambi. Ich will deine Haut, ich will deine Haut, ich will dein Fleisch. Es ist zu schnell für mich. Ich werde auch immer langsamer, weil ich nämlich sehr ungerlich bin, Jasmin. Ja, was soll ich jetzt machen? Hast du was abzugeben? Hier, kannst du Pilze essen, die hier rumliegen. Hm, ja. Wenn ich welche finde. Die hab ich gerade gegessen. Ja, die müssten für mich auch noch da sein. Ah, I'm hungry! Ich bin unger... Ja, I'm hungry. So. Hier stehen so einige Pilze. Komm mal. Ich hoffe, die sind da für mich auch zu sehen. Oh, ja. Jetzt sind wir wieder an dem See. Wir sind im Kreis gelaufen. Ernsthaft? Ja. Ich habe zwei Pilzchen hier gegessen. Ist schon mal gut. Gibt's doch gar nicht. Also eine sehr dunkle und dunkle... Koffer! Hier liegen Koffer! Oh, Wahnsinn! Oh, mach die nicht alle auf. Wir auch noch looten. Dieser rosa ist auch sehr schön. Oh, eigentlich ein Close und eine Uhr. Nee. Wenn du den aufgemacht hast, nee. Irgendwie war da nix mehr eben. Aber normalerweise geht das. Hier sind auch noch welche. Ein Schneck! Ein Schneck! Schnecke die Schneck, Schneck! Oh, nein! Oh, oh, eine große Gruppe. Kannibalen. Oh, oh. Alter, ich bin tot! Oh, meine Axt brennt! Du musst mich retten. Ja, sehr witzig. Wir sind massenhaft. Hilfe! Hilfe! Ich werde angegriffen. Nein, ich bin tot! Die haben auf mich eingeschlagen. Ja, ich bin auch gleich tot. Scheiße, ich muss natürlich schnell wieder da hinkommen. Ich bin auch tot. Echt jetzt? Ja. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir unsere Sachen nochmal wieder kriechen. Man hat ja eh fast nix. Naja, ich schon. Find some medicine. Wie soll ich denn die finden? Muss ich jetzt eh drücken? Oder kommst du kommen? Wissen du überhaupt? Eigentlich war ich direkt da, wo du gelegen hast, weil ich dich ja retten wollte. Achso, ja. Bist du denn jetzt schon richtig tot? Ich kann eh drücken. Dann bist du richtig tot. Ja, eben. Ich schaff's eh nicht mehr, bis du dir jetzt. Dann kannst du nämlich hier auch die Koffer aufmachen und schon mal ein bisschen Medizin sammeln. Dann hast du nämlich wieder was. Also soll ich eh drücken? Ja, würde ich machen. Und dann gehen wir nämlich zusammen. Days to survive 5. Bei mir stand das gar nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin dann die Flugzeug. Ja, ich auch. Ach, naja. Naja, dann kann ich aber hier wenigstens schön. Oh Leute, echt. Hat ja gut geklappt mit uns. Ja. Ja, damit ist das Let's Play beendet. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Ja, schön, dass ihr euch das angetan habt. Ich renne jetzt zu meiner Leiche. Ich muss mich retten. Oh. Ich sammle hier noch ein bisschen. Obwohl das Essen. Oh, ein Vögelchen wollte auf meine Hand fliegen in dem Flugzeug. Interessant. Ich kann nicht mehr ohne meine Leiche. Ohne meine Kost. Ich hab so gut wie gar nichts. Ich hab meine tolle Axt verloren. Ja, ich auch. Ist ja normal, deswegen musst du zu deiner Leiche kommen, weil deine Leiche hat ja die ganzen Klamotten noch. Kannst du jetzt wieder einsammeln. Ja. Ich hab das Symbol der Leiche auch da. Ja, ich auch, deswegen. Ich muss da jetzt schnell hinrennen. Aber hier sind die Koffer eh alle offen. Ohne meinen Kopf bin ich einfach nicht. Ja. Ich glaub, äh... Irgendwie steht da deine Leiche. Auf dem Totenkopf steht dein Name. Ja, weil ich da auch liege wahrscheinlich. Ach so, nee, weil du da auch hinläufst. Weil ich da hinläuf, ja. Das hat mich eben schon... Oh nein. Wir sind hier an meiner Leiche, die Säcke. Aber diesmal mach ich euch platt. Er brennt. Ja, und ich wurde angeknurrt. Ja, ich hab alles wieder. Oh, ich will auch. Ich bin noch am Laufen. Es ist sehr weit. Nö, geht. Ich seh nicht auch schon großartig. Bin schon wieder low. Komm, wo bist du denn, Schätzchen? Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt noch mal zurück, oder? Zum Flugzeug und dann gehen wir mal von da aus in die andere Richtung. Äh, hier liegt mein Rucksack. Ja, ja, genau. Uh, was eine lange Liste. Ja, krass, ne? Und wenn du dann jetzt immer in den Tag guckst, Alter, dass es wie das aussieht. Ich hab einfach mal alles. Hi. Edible Raw, Edible. Oh, ich muss auch mal dringend was noch wegbringen. Nach Hause am besten. Ja, lass mal wieder nach Hause. Ja, weil ich hab mega viel zu essen mit. Und das wird nachher alles schlecht. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Hier ist noch ein... Ey. Hack mal nicht auf mir so rum, ja? Nein, tut mir leid. Bin ich nicht in Ordnung. Tut mir leid. Oh, ich hab ein Close. Das ist gut, ich mach mir direkt mal. Oh, ich hab 7 Close wieder. Das ist ja wunderbar. Ich hab mein Freund schon wieder miesen mehr ein bisschen. Nur zur Erklärung, sie meint nicht die Eingeborenen. Nein. Oh, der ist schon wieder vorne, steht der Arsch. Was ist denn los mit den Bambis? Ich krieg die nicht mehr. Ich renne jetzt einfach weg, ey. Der kann mich jetzt mal... Toll, dann lauf ich wahrscheinlich direkt auf den Zug. Wahrscheinlich. Es ist so... Oh, ein Gestreie. Du trägst. Ich guck's euch immer mal auf die Uhr, damit die Folgen sie mal so... Und unendliche gehen. Wie bei euch alles. Wieso erst mal? Wir haben noch vier Hunde. Ungefähr. Ja, bis down, du Arsch. Ähm... Hier ist ein Speer, Selin. Ja, nee, ich hab Besuch. Ich muss das weit mal kurz metzeln. Ähm, ähm... Kann leider nicht stehen bleiben, aber da irgendwo ist ein Speer, also auf dem Weg dahin ist ein Teich und das ein Speer und da ist ein Speer und da ist ein Speer. Was ist das für ein Riesensee, ey? Also hier ist auf jeden Fall cool zu sammeln, hier hätten wir auch mal vorher hingehen können. Na toll, jetzt ist es soweit. Jetzt auf dem Rückweg finden wir natürlich alles. Äh... Ich find jetzt nicht so viel hier irgendwie gar nicht. Hier kann man was aufspringen, das mach ich doch glatt. Aufsprengen mit Dynamit? Mhm. Nice. Oh, das hätte ich vielleicht mal vorher anzünden sollen. Das war natürlich der Schloss von mir. Oh, Bunny. So. Den hat nicht so gut in Tiere erlegen, aber... Oh, Dorf. Oh, Koffer. Ey, ich bin hier auch gerade. Super. Da war ein Seil drin. Das hat sich ja wirklich gelohnt. Ich hab eine Mähdie, ich freu mich. Das war ja echt der Hammer. Selten habe ich mich über eine Sprengung mehr gefreut. Aha. Das ist ja wunderbar. Ich gratuliere dir. Danke. Oh, Snacks, yay. Let's camp. Ich hab einen Topf. Yay. Toll. Kann mir Wasser mit abkochen. Ja, und ich hatte noch keinen, natürlich. Das ist doch gut. Mein Inventar sieht aus, ey. Keine Ahnung. Los. Ich bin so ein richtiger Luxus-Survivor. Survival! So, 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 so. Ich sammle Zeug, ich freu mich. Wenn ich jetzt nicht gestört werde beim Shoppen, bin ich richtig happy. Diese Zeit, das ist doch nicht gelaufen, oder? Boah, ich sag's gerade. Krass. Hier ist er. Hier, du Arsch. Oh, scheiße. Bleib stehen. Und down. Ich hör bei dir voll so. Keine Zähne, nix. Ich bin wieder zurück. Aha. Ich guck gerade mal, ob ich noch ein bisschen was finde. Close, wunderbar. So. Guck mal eben, ob man da noch was dran machen kann. So, ja, an dem Dorf, in dem Wasser war auch ein Stab, oder was? Äh, nee, irgendwo da, vorher schon auf dem Weg, da hätte irgendwo ein See drin gewesen sein müssen. Und da war ein Speer drin, meine ich. Ich hab hier noch einen Typ, den ich mal gerade noch begrüßen muss, ganz freundlich. Guten Tag. Guten Tag. Ich hab's ja ein bisschen stark. Oh, krass, wie viel Essen ich hab. Ich bin ja voll der Picknicker. Ja, ich bin hier der Metzler. Der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Jeder weiß, Mann. Oh, nicht mich verletzen, du Arsch. So, jetzt hab ich aber alles auf dem Rack. Ich hab hier nur Leute. Ich komm überhaupt nicht nach Hause. Also ich muss wirklich sagen, unser Rack ist wirklich sehr gut bestückt mit allerlei Köstlichkeiten aus dem Wald. Wir machen gerade verschiedene Let's Plays, weil ich hier aus dem Dorf nicht rauskomme, weil die mich überall abfangen. Und ich auch nicht weiß, wie ich jetzt... Doch, jetzt hab ich sie, glaube ich, alle hinter mir gelassen. Oh nein, ich sag's gerade wieder. Da läuft er vor meiner Nase lang. Jetzt lauf ich aber weg. Da hab ich keinen Bock mehr. Bock mehr. Oh Mann, der ist mir gefolgt, Wichser. Die Möwe, ey. Der hat einen Bodycon, das ist also sensationell. Der ist unterm Stein gelandet und unterm Baum. Achso, wo muss ich hin? Ja, äh, sollen wir die Folge beenden, wenn du angekommen bist, Ma, oder kommst du heute hin? Boah, das dauert wieder auch nochmal noch drei Folgen, bis ich da bin. Echt? Aber ich hab jetzt, glaube ich, keine Freunde mehr hier. Okay, ich hör schon wieder einen Schrei. Jedes Mal, wenn ich's sage... Warte, ich muss auch mal was trinken, glaube ich. Das hilft sonst nichts. So, jetzt kann ich wieder laufen. Die Hälfte, die ich gelootet hab an Medis und so, hab ich auch gleich wieder eingeworfen eben. Aber Hasen krieg ich nicht, ich krieg nur Typen heute. Hey, guck mal, wer hier kommt! Nuhuuu! Hey! Juhu! Wir haben's geschafft, Wahnsinn! Ich bin wieder im Camp! Hallo, Schatz! Hi! Ja, äh, ich würd' sagen, da beenden wir die Folge hier. Du bist blutverschmiert, steht dir auf jeden Fall sehr gut. Und, ähm... Ja! Ich würde sagen, bis zum nächsten The Forest! Ja. Schaltet wieder ein, wenn's heißt, es ist dunkel und ich hab Hunger. Genau. Kommt hier raus! Genau. Schaltet einfach wieder ein, wenn ihr wieder sehen wollt, wie zwei Profis durch den Wald rocken. Ja. Dann schaltet hier nicht ein. Doch! Ja, gut. Okay. Ja, tschüss! Bis demnächst! Tschüssi! 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 Tschüssi!